Ich muss spawnen, aber es ist nicht... Hier und Lava Kumpi Oh lord Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Minecraft Bugna Es haben gerade zwei Leute gejoint und wir werden heute noch versuchen die restlichen Diamanten zu farmen und dann geht es eigentlich eh schon in die Nähte Genau Ja Join in 3 2 1 Jetzt Go Mach mal Also jetzt noch Strip Miner, oder? So ist jetzt so Ich bin eigentlich am perfekten Versteck Ist irgendwie da? Nagel Moin Hey Moin Moin ihr Genossen Das ist erstmal verschrieben, macht nichts Mh 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 Okay Mh 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 Wie warten kannst du da? Ja warum? Wir haben da eine aktive Community, die die Folge sehen war um 15 Uhr. So, hast du 15 Uhr aufhört? Hä? Hast du 15 Uhr auch aufhört? Naja, aber ich denke, ich bin 16 Uhr, aber ich glaube ich hochkommt. Aber 16 Uhr? Ja, ich will immer zwischen 14 und 16 Uhr hochkommt, wenn du fährst im Kurs. Ja, das ist gut, ey. Oh Mann! Bauen wir rein. Ob wir uns in Richtung Spawn bauen oder Richtung Deckung Spawner. Ihrs und blauer Kuckel! Oh der Lord! Top! 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 Und eine Höhle! Top! Du warst zusammen, ja? Ja, der ist jetzt erstmal mit dem Sieg. Wie ihr Sieg? Bei uns? Oder müssen wir... Wie ihr sieg? Na, der ist echt noch mit dem Sieg in Richtung Spawner. Na, der ist noch an der Schreie? Na ja, der múc ist gut. Ja, der múc ist gut. Er ist ein Eis! Ja, der steht mit Dussel. Das ist eine Seife und Führung. Der steht mit Lavi. Der steht mit Lavi. Da bin ich schon Lavi, hä? Oh, das war close, ne? Ja, das kann man aber nicht... Ach so, das ist, glaube ich, Höhle. Es waren nur zwei Diamanten, guck ich. Das ist schlau. Ich kann jetzt von dir sein, nice. So will ich die zwei Dias scannen, damit wir nicht ins andere von dir? Ihr... Du kennst echt Schöcke. Hast du Bock? Ja, nice. Nein, Kraft und zum Schluss, weil wir haben sie eh nicht so nötig eigentlich. Wollen wir jetzt Kraft und zum Schluss? Ja, sonst stellen wir ja 20 mal die Workbench auf, ist ja nicht so geil. Oh, das ist geil. Dann kriegt man gut Level, genau. Ja, was machen wir da? Gut, wir auch gut, wäre nicht so schlecht. Wie viel gut? 27. Wie viel gut hast du, okay? 37. Ja, da hast du auch ungeschmackst. Was machst du? Ja, ich tue immer fleißig ab, aber nicht so. Alles, der tut immer die Workbench aufstellt und abbauten. Was du denn besser wieder hast? Das ist ein Abschiedsackwerk. Dann haben wir die Hose weg. Ja, das ist schlecht. Ja. 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 Wie er dann für den E3 auf den Zaron geht. Ja, da geht es ja überall weiter da. Zugegeben, alle die Hüllen sind ja nicht drauf. Riecht so draus? Ja. Es geht. Es geht ja. Ja, noch mehr. Noll. Dia ist nice. Echt? Ja. Ja. Du hast jetzt irgendeine Hüllen, wenn sie genau auf der Hülle bleiben, sind irgendwie... Du hast össerst geklappt. Alter, ich bin so viel still, ich bin schon gerade neben dir. Da noch einer. Ich muss dich jetzt verteidigen. Hey, was ist denn da los? Da noch einer. Ja. Ja. Ja, da wollte ich nicht mehr. Hey, es ist wieder nur 2. Oh. Hey, wenn das einmal wieder glücklich gewesen wäre, hätten wir dich schon verlieren. Das ist schon... Wenn das auch der Spot gewesen wäre zweimal. Ja. Es ist ein 4, jetzt könnte ich mich gar nicht... Das wäre ein Schwert. Wie bist du jetzt ein Schatz? Ein Schwert? Piste mal. Alter, die Hügel ist echt groß. Mhm. Ja, aber Pilze brauchen wir jetzt nicht, oder? Nein. Gut, so du. Lava soll ich angeht, wo du medierst. Du hast dir die Zunge angeschockt. Habe ich mich auch schon getan. Was? Irgendwie geht die Hügel eher mehr bergauf bis jetzt los. Ja, bergauf, wo man jetzt so will. Nein, nein. Wo bist du denn? Oh, ich fucke ihn gerne ab oder was? Ja, leider. Was soll ich? Hm. Ja, gut, sag's. Das ist ein Meister von der Hügel zu haben. Ja, ich habe schon viel jemanden, der hier kommt. Hast du da gepusht, oder? Ja. Geil. Bobcatcher. Ja. Super. Bravo. Echt, das war doch so. Ja. Ja, das war so. Ja, das war klar. Ich brauch mal einen, oder? Ja, ich bin schon gestreißig. Ich bin schon gestreißig. Ich bin schon gestreißig. Ja, ich bin schon gestreißig. Ja? Ja. Ich glaube die zehnte Folge muss mindestens anders passieren, glaube ich. Wir sind erst in der fünften. Wir sind schon fast voll die hier. Also wir haben da nicht so einen Stress. Bis jetzt sind wir nicht in der Zeit. Was ich bei deinem Projekt bis jetzt am coolsten finde, ist, es sind ziemlich oft immer Leute auf dem Server, wenn die joinen, das gefällt mir nicht. Wo wirst du hin? Weiß ich nicht. Ich habe vergessen, woher ich bin. Da, oder? Da, oder? Da, das trifft. Okay, gut. Soll ich da die Strips machen, guck ich? Ja, machen wir sie. Obwohl wir haben schon ziemlich probiert angefunden. Angeblich heißt es dann immer, da solltest du wieder weitergehen. Ja, das ist ein paar Blöcke weiter. Ja, zeigen wir sie natürlich raus. Ein paar Blöcke weiter, ja. Ja. Ich habe verbaug ja alle meine Spielsachen. Früher habe ich sie noch weggeschmissen. Gut, wir haben dann verbaug ja fast das letzte ist ganz gut. Dann kommen wir nicht immer mehr bis durch auf. Ich sage dir, der Dio ist geil. Ja, das ist sogar ein guter Spot. Geil. Sorry, das ist nicht los für Dio. 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 Das ist gut. Iron ist echt so ein Verschleißgerät. Baut ihn, baut ihn. Iks, Iron. Ich nehme a im wald. Gut, nehm ich damit. Dann nehm ich sie überhaupt auf. He ups up your ass! Ich will schon von aufnehmen. Darf man eigentlich einen OP-Opfer kraften? Nein, darf ich niemals Na eben Ist ja viel zu teuer Ist ja viel zu OP Ja, mit 1 bis 2 Minuten umbesichtbar So ist es, ja Wenn du mein letzter Feier musst du in 2 Minuten Aber geh Da rennen alle 2 Minuten lang weg, wenn du ihn isst Ey, du hast noch eine Höhle Oban zubauen ist immer eine gute Idee Ey, das ist ja da wo man war Das ist ja Genau Also guck ich schon eine Baut Da 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 Donut macht Aber wie viel macht die halt? So genau, ist der Name Du bist halt am Abend, mir ist Gott genau Genau Ich habe jetzt mittlerweile schon 9 Dias Das hast du kennst Schau Ist auf dem Kraufen, ne? Ich guck hier hast du schon Dias Und ich guck hier Es sind gar keine Ne, auf dem ich habe sie gehandelt Ich hähähäh Ich habe schon 3 oder 4 Diaspots angefangen 12 Minispots 12 Minispots Ja, aber 12 Minispots Es war nicht so... das lachen Ich kann anfangen, ne? Ich kann anfangen Ich kann anfangen Ich weiß auch nicht Ich kann anfangen Ich hab doch noch hier dann Ja Genau so konzentriert im streetlanger ich brauche einen demon vorschlag zu geben ja ich fange jetzt mal craften an ist cool ach so ist nichts ich brauche noch helme und hohse ich mache jetzt erstmal in die Hose ich könnte dir ein Schwert machen, aber ich habe keine hey gucki, du hast einen Enchantmentable willst du in hier bauen? nein ja, du hast zwei Dias für mich ja, warum? ich könnte mir meine Schuhe noch machen ja, ich gebe dir die zwei Dias ja, bauen wir in den Tables ja, da muss ich nicht mehr was soll ich denn was wegkriegen? war die Batsch oder? ne jetzt nachher natschen ja, danke ja, nice ja, cool ich glaube, dass die wegkriegen stehen schon mal wegkriegen, schon ja 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 ja, das ist da brauchen wir ja nicht mehr ja, schaut mich an, das braucht ihr eigentlich andere alles nicht teuer ich habe jetzt alle meine vier Teile direkt schon anzutragen ja, das ist gut ja, das ist gut ja ja, ich glaube ich sollte einmal noch schmölzen damit wir ja, weg, Mensch passt doch immer ich muss nur in eine Spitze kommen ja, einmal noch schmölzen ja, ich mache eins ja, ich mache eins jetzt laufen wir auf hm? ja, laufen wir auf ja, warte aber da ist eine riesige Wand was wahrscheinlich eh nichts bringt da fangt er an schon schmölzen 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 Produktion Produktion naja, wir haben ja schon ein Anvil sein Ambus wo hast du denn Bankraftsatz passt doch gar nicht mehr guck, ich gehe mal weiter da, gell? ja ja, na gehen wir sofort raus ey, guck, wieviel Spitzhacken hast du noch? ich bin gleich weg mit meiner Spitzhacken und dann kann ich nichts mehr machen wir sind Kraftsatz und ganz von neuern ja, ich habe aber keine Sticks nur in 60 Sekunden ist okay ja, ich habe keine Sticks, guck, ich ja, ich habe keine Sticks, guck, ich ja, ich habe mir ein Schalt mit deinem Grund ja ja, kommst du zu mir oder zu dir? jetzt jetzt du es auch bei den Spitzhacken reicht den Rest und Spot weil ich glaube, dass du dich gerade errichtet hast in 30 Sekunden sind wir weg ich habe es eh konzentriert oder? oh, 30 Sekunden ja muss man schon auf Street meinen da ja, schon ja, ok ok, da sind Dias halt, ich baue jetzt aber auf noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 ey, geil, ich fordier ich muss ihn nur noch bauen geil geil, oder? ja, ein Spot muss man wahrscheinlich finden für die Schwerter ja, die Schwerter nice ja, danke fürs Zuschauen wenn ich dir runter gefahren geht es dann noch rum und den Apo nicht vergessen bis zum nächsten Mal so tschüss tschüss bennst mit kaip na